Notarztseinsatz am Bilden Kaiser in Österreich. Da hängt jemand dran, aber die Person ist, ich seh glaube ich zwei Personen, die da wieder dranhängen. Das sind Notärzte, die kommen her und holen einen älteren Herrn darunter, der sich was am Gelenk getan hat. Wer sehen könnte, kann noch ein bisschen gehen, aber wir kommen praktisch. Die kommen noch zu der Nähe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020